Und der hat dann irgendwie das mit diesen Drogen ein bisschen, ja, so gehandelt und so und dadurch ist das eigentlich sozusagen ausgebrochen. Und Rude Konsum ist die eine Sache, aber wenn man dann auch noch anfängt selber damit zu handeln, ist das schon ein bisschen krasser, finde ich. Ja, ich finde halt, das selber zu konsumieren ist die eine Sache, aber dann noch andere Leute dazu zu verleiten, finde ich höchst asozial. Also das, besonders andere Leute wirklich dazu zu animieren, ne, also wenn wirklich jetzt gerade auch Leute zugucken, nehme ich mal an, sicherlich, ich meine, die Welt ist klein, so, die irgendwelche Drogenprobleme haben oder so, dann, ey, macht das, ne. Heißt ja nicht, dass ihr irgendwie Arschlöcher seid oder sonst irgendwas, ne, aber, ne, animiert nicht andere dazu, das auch zu machen. Ja. Ey, ich hab das jetzt einfach mal irgendwie hier, ich hab einfach mal so eine Höhe hier gerade festgelegt, ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist, obwohl das wahrscheinlich schon wieder zu hoch ist, oder? Oh. So, was aber wichtig ist halt, wenn man, wenn man mal irgendwas ausprobieren will, dass man das auf jeden Fall im Umfeld macht, wo man sich sicher ist, dass einem da nix passiert, dass man da unter Freunden ist, dass wenn mal irgendwas passiert, dass die dann schnell eingreifen können. Sagen wir mal, was weiß ich, du rauchst hier einen Join da mit deinen Kollegen, weil du das mal ausprobieren willst und bekommst darauf einfach gar nicht klar. Und dann hast du da so Spacken, die lachen sich voll an ab, so, und du bist da voll am Abkacken, so, und die lachen nicht die ganze Zeit aus, ärgern nicht nur nebenbei, so, das ist schon ein bisschen scheiße. So, wenn, dann muss man sich auch sicher sein, so, dass die dann auch sagen, so, ja, nee, komm, machen wir Feierabend, trinken wir einen Schluck, keine Ahnung. Boah, nicht mehr viel, ich hol gleich was. Oh, ist das jetzt hier? Ja, doch. Äh, wie hast du? Ja, ich denk mal, man kann bei vielen Sachen sagen, okay, da spricht, also, ich sag mal, beim Kiefen oder so, kann man mal ausprobieren oder so, ne? Also, ich denk mal, da muss auch keiner sich für schämen oder so. Oder, wenn man sagt, ey, ja, ich hab mir mal einen gekifft, wollte mal wissen, wie das ist, ähm, find ich vollkommen in Ordnung, keine Ahnung, so, pff, ähm, aber bei anderen Sachen bin ich da schon wieder anderer Meinung. Zum Beispiel Sachen wie, na gut, ich weiß nicht, ich sag mal, äh, zum Beispiel, äh, LSD oder was, ne? Ich mein, da gibt's Sachen, wie zum Beispiel LSD, auf denen kannst du auch hängen bleiben, ne? Das ist halt das Problem. Der tut dann einfach psychische, äh, Probleme deshalb, Chris, oder Hass. Na, und davon wegzukommen ist dann auch wieder schwer. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob LSD körperlich abhängig macht, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hab keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Weiß, klar, Heroin, Crack und sowas nennt er sich ja, das macht alles, äh, auch körperlich, sogar im, äh, ganz, äh, schlimmen Ausmaß. Ja, Heroin ist ja, äh, somit das Schlimmste, glaub ich. Ja, Crack ist sogar noch schlimmer. Äh, Koks macht, glaub ich, Koks macht, äh, mehr psychisch abhängig, mein ich. Ähm, das ist so, dass Koks ja, äh, das Selbstbewusstsein irgendwie halt massiv aufwertet, ne? Also zumindest so die Wahrnehmung und, ähm, boah, ich hab mal irgendwas, irgendwann hab mir das mal erklärt oder hab ich das irgendwie im Fernsehen gesehen oder sowas. Auf jeden Fall ist das so, dass du halt durch Koks, ähm, meines Wissens irgendwie auch so eine Art, äh, Glücksgefühl halt aufbaust. Mehr oder minder, ja, eigentlich vorgespielt ist, weißt du? Und irgendwann, wenn du halt, ähm, ja, so regelmäßig Koks konsumiert hast, bist du halt nicht, ist dein Körper halt nicht mehr richtig dazu in der Lage, diese Glücksgefühle selbstständig aufzubauen. Ach, wie heißt das denn nochmal? Das gibt's doch noch wo. Wie heißt das denn? Ja, ich überleg das auch. Das, ähm, warte mal, ich guck das nach. Ich werd jetzt wissen. Ja, und das wird auf jeden Fall, ähm, ähm, dieses, das wird irgendwo, ist das eingeschlossen oder das wird halt durch bestimmte Sachen freigesetzt und, ähm... Dopamin, Serotonin... Ach, keine Ahnung. Ich glaub, naja, irgendwie sagt man das gerade nix. Das sind beides, warte mal, Endorphine haben wir noch. Ja, Endorphine, genau. Die werden halt irgendwie freigesetzt und, ähm, die sind halt quasi dann so wie, so als wenn die sich verkapseln, weißt du? Und die werden halt dann nur schwer, ähm, so halt freigesetzt. Deswegen sind auch so Leute, die halt super viel Kokse und so und die wirken immer so ein bisschen, äh, kalt und emotionslos, weißt du? Wenn die jetzt nicht auf Kokse sind. Man stumpft halt so ein bisschen ab. Das ist übrigens alles unter Vorbehalt, ne? Keine Ahnung, ob das alles so richtig ist, was ich da vor mir geb... Ähm... Ja, und das ist halt echt scheiße, ne? Ich mein, klar ist das scheiße, überlegt euch mal. Ihr würdet jetzt, äh, ich sag mal jetzt, ne, wo wir es gerade haben, ihr würdet jetzt hier, äh, Minecraft-Part von uns gucken, worüber da normalerweise lachen würdet, wenn der Titel wieder irgendeinen Wordcraft-Anfall kriegt oder sowas. Und ihr würdet einfach, ähm... Gar keine richtigen... Ja, im Grunde genommen ist das ja auch Glücksgefühl, ne? So, mehr so selbstständig aufbauen können, ohne euch irgendwie mit irgendwelchen Sachen vollpumpen zu müssen. So, das ist, das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel. Ich mein, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass Leute, die regelmäßig koksen, nicht mehr dazu in der Lage sind zu lachen, oder sowas. Aber, ähm... Ich sag mal, man fühlt sich wahrscheinlich einfach nur... Man ist wahrscheinlich einfach nur unbefriedigt irgendwann, ohne das Ganze. Deswegen meine ich auch... Ich meine zu wissen, dass Koks nicht körperlich abhängig macht. Nicht richtig. Und dann glaube ich, das ist so eine Kopfsache. Beziehungsweise so eine Sache von der Psyche halt. Die ist aber schon massiv psychisch, äh, davon abhängig. Also... Was ist das denn? Das ist ja mit anderen Drogen. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin ja jetzt auch kein Fachmann. Ich meine, mir ist schweig... Ich kenne mich ja auch nicht wirklich aus. Ich hab halt... Äh... Also ich weiß das auch nicht so gut, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen hab, Aber ich hab halt, äh... Äh... Ja, ich kann's ja einfach sagen. Ich hab halt jemanden in der Familie. Ist jetzt nicht meine Mutter oder sonst irgendwie halt... Ist ja egal, in welcher Hinsicht familiär. Jemanden, der auf, ähm... Irgendwann mit angefangen hat, mit Heroin. Und da war auch, keine Ahnung, wie das jetzt alles genau vonstatten gekommen ist. Von, äh, ob da jetzt erst gekifft wurde oder sonst irgendwas. Das weiß ich jetzt nicht, aber darum geht's aber nicht. Ähm... Ich find's halt ziemlich krass. Wir haben mal irgendwann darüber gesprochen, wozu, äh... 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 In der Lage ist, so, ne? Wenn's um Geld geht und sowas, ne? Was man alles dafür machen würde, so. Ne? Und da haben wir auch gesagt, mit Drogen und so, das ziemlich krass ist. Ne? Da hat er das ziemlich verstärkt. Und, ähm... Da hab ich wirklich mitgekriegt. Ja, wo dann teilweise, äh... Vom Sohn irgendwie, die, die, was weiß ich, Konsole oder sonst immer weggefendet. Irgendwie ins Pfandhaus gebracht und so Klamotten halt... Da ist echt schon... Ja, das ist krass. Wenn man dann auch noch die ganze eigene Familie anfängt zu belügen, nur damit man irgendwie an Kohle kommt. Und sich schon da irgendwas reinzuballern, ja. Das ist halt schlimm. Also ich kenn das von mir zum Beispiel auch. Das ist auch bei anderen, bei kleineren Suchtfällen so, ne? Zum Beispiel ich beim Rauchen, ähm... Ich weiß nicht warum, aber ich hab das bis jetzt irgendwie immer geschafft, ähm... Irgendwie Kippen zu haben. Weil ich hab dann so... Also ich bin schon schlimm süchtig, ne? Also das weiß ich nicht. Also ich rauche ja jetzt auch schon ziemlich lange. Ich glaub schon seitdem ich 14 bin oder sowas. Natürlich nicht so viel, wie ich jetzt rauche, ne? Aber früher hat man angefangen mit, ne? Einfach so puffen und so. Aber, äh... Ja, mittlerweile rauche ich schon so meine Big Box am Tag. Und wenn ich dann keine Kippen mehr hab, dann werde ich auch echt wahnsinnig innovieren. Das ist echt nicht einfach. Also ich... Da muss ich echt vor dir auch nen Hut ziehen, Sepp. Das find ich echt... Das fand ich schon immer total bewundernswert. Wie du dann einfach immer sagst, ja... Nö, ich baue es nicht mehr. Das find ich voll heftig, ehrlich. Also wenn man keinen Bock mehr hat, fertig. Ja, du sagst ja... Ja, das ist ja... Du sagst das so, aber das ist aber nicht für jeden nicht so einfach wie für dich. Nicht ansatzweise. Das ist doch ungesund, wenn man direkt aufhört, oder? Man soll doch eigentlich so langsam aufhören und in Schritten. Nee, das ist voll Quatsch. Das ist die typische Raucherausrede, die dann einfach... Die einfach im Grunde genommen gar nicht aufhören wollen. Ja. Und die dann es dann einfach nur aufschieben. Also... Das hab ich auch noch nie gehört. Da hab ich immer noch... Ausnahmen gibt's natürlich, aber normalerweise heißt das entweder ganz oder gar nicht. Die meisten schaffen es auch nicht, peu à peu aufzuhören. Zu reduzieren und so. Das ist... Das ist aber auch... Das verlangt viel mehr Disziplin, als ganz aufzuhören. Ja, weil du ja immer wieder, sag ich mal, die Verlockung, wenn du... Sagen wir mal, du brauchst immer jetzt drei am Tag, so ganz blödes Beispiel. Und du machst dann nur noch zwei. Da ist der Schritt zur drei so klein. Ja eben, dann denkst du, ja komm, die eine kannst du jetzt auch... Ja, genau. Und wenn du ganz aufhörst, ist halt ganz weg. Da gibt's nicht den Schritt, komm, die eine nehm ich noch. Also ich hatte das bei mir so... Ich weiß mittlerweile wirklich gar nicht mehr, wie oft ich schon versucht hab, aufzuhören mit dem Rauchen. Weil, ähm... Ich bin auch, um Gottes Willen... Also eigentlich rauche ich gern, aber ich bin auf jeden Fall kein Fürsprecher. Also wenn ich mir das jetzt aussuchen könnte, ob ich damals angefangen hätte oder nicht, dann würde ich mich auf jeden Fall fürs Nicht-Anfang entscheiden. Weil Rauchen grundlegend einfach nur in allerlei Hinsichten eigentlich scheiße ist. Das kostet Geld, auch nicht zu wenig. Das schadet der Gesundheit und das auch nicht zu wenig, ne. Sogar richtig massiv. Und, ähm... Ja, das stinkt, ne. Und, ja, was... Das schadet der Umwelt, ne. Ich mein, wo soll ich weitermachen, ne. Das Einzige... Ja, das ist so. Das ist halt ein Hobby, das ist halt ein Genussmittel. Das ist wieder so ein typischer Konsumfall, ne. Ähm... Und, ähm... Bei mir ist das halt so, wenn ich versucht hab aufzuhören und ich halt sogar vielleicht ein paar Teile geschafft hab und dann, ne, schon gedacht hab so, boah geil, ne. Sieht das schon mal gut aus, so. Dann bin ich meist rückfällig geworden in irgendwelchen besonders ausgeprägten Stresssituationen oder sowas, weißt du. Wenn ich irgendwie voll schlechte Laune hatte oder voll traurig war, also deprimiert oder irgendwie einfach nur immer allgemein voll gestresst, so zeitmäßig oder sonst so jobmäßig oder irgendwas anderes, so, dann bin ich da meistens dann so rückfällig geworden. Ja, mein Vater hat das auch mal versucht aufzuhören, aber der hat das auch nie geschafft. Und der ist dann richtig aggressiv geworden dann. Ja, boah, das hab ich auch. Es gibt so mehrere Stufen. Am Anfang merkst du einfach nur, dass du Schmacht hast. Also, ne, ich weiß nicht, ich mein, sollte ja eigentlich bekannt sein, aber Schmacht ist ja so das Verlangen halt nach Rauchen, also sich eine zu rauchen. Ähm, und dann irgendwann, äh, wirst du nervös, sag ich jetzt mal, ungehalten. Ähm, ja, du fühlst dich halt irgendwie so ein bisschen, ja, ja, hilflos, weiß nicht, das klingt ein bisschen übertrieben. Du bist einfach voll hibbelig, aber richtig heftig. Ja, richtig, das ist dieses, dieses nervöse, hektische, aufgedrehte, hibbelige, so, ähm, Oh. Man hat halt, äh, man will halt auf Bindung brechen, das Problem, was man da jetzt gerade hat, lösen. So, das ist ja ein Problem. Ne, das ist ja nicht gerade irgendwie einfach mal eine Situation, mit der man so konfrontiert wird, sondern man hat ein Problem, man hat keine Zigaretten mehr, man will sich eine rauchen. Ja, und dann, äh, ja, typisches Suchtverhalten halt, ne. Ja, warte mal, ein TPS, so. Äh, so, und irgendwann kommt dann zu dem dann noch, äh, ob, zumindest ich denke mal, das wird bei jedem eigentlich so sein, dann noch ein gewisses Maß an Aggressivität dazu, so. Man wird dann richtig sauer. Ja, und dann, irgendwann wird man dann, also man fühlt sich halt so unbeholfen, dat war dat, was ich meinte, so unbeholfen, genau. Äh. Und irgendwann wird man dann schon richtig verzweifelt, ich hatte dann schon so Aktionen, wo ich wirklich Schränke verrückt hab. Ey, was? Wie war das beim Kollegen, da haben wir, ähm, haben wir früher schon immer mit diesen Stickys, ne, und Hülsen. Achso, ja. Ja, und da ist gerne mal irgendwo auch mal so ein Sticky irgendwo unter den Schrank gerollt, oder sonst irgendwas, ne. So, und dann, äh, haben wir da angefangen, oder ich hab da angefangen, irgendwo in den Couch ritzen und sowas, da irgendwie nach Stickys zu suchen. Äh, nach irgendeiner Kippe oder so. Und, boah, dat ist echt schon, also wenn man sich das so im Nachhinein überlegt, ist dat schon echt lächerlich. Besonders, wenn man dann so anfängt, so richtig ekelhafte Sachen zu machen, wie die Zirrettenstümmel rauchen, und so. Bah, hör auf, ey, wenn ich da drüber nachdenke, ne. Also, genau, wenn dann dazu, ziemlich jeder Raucher hat dat schon mal gemacht, ne. Und, aber, gut, mit Sicherheit einige auch nicht, aber dat ist, bäh, ekelhaft, wirklich. Dat wäre Käse. Ich mein, Raucher an sich, dat mögen das wahrscheinlich wieder viele denken oder auch schreiben, ist ja schon ekelhaft, aber dat ist nochmal, selbst für einen Raucher ist dat eklig. Du hast richtig, bäh, dat ist so, als wenn er die Asche von der Kippe im Mund hättest, so schmeckt dat. Aber du hast halt trotzdem, du kriegst ja halt Nikotin, ne, so, und dann, ich meine Ahnung, aber dat ist richtig ekelig. Ich weiß gar nicht, wie man dat so beschreiben soll, vom Geschmack her. Glaub, dat wollen wir auch gar nicht. Das ist halt so, ja doch, das ist so eine Mischung aus, so, als wenn er, so wie der Aschenbecher riecht und dann, äh, so abgestandener Rauch. Und der dir dann noch, ne, manchmal, man hat dat eigentlich schon, ähm, wenn man ne Zigarette angemacht hat und man muss die aus irgendwelchen Gründen, äh, wieder ausmachen, ne. So, und dann hast du aber nur kurz, irgendwie, du hattest ja nur zwei, dreimal dran gezogen, dann willst du die ja jetzt nicht wegschmeißen. So, denkst dir, ist ja, puke Verschwendung, ne. So, dann, und dann machst du die nochmal an. Dann schmeckt dat so ähnlich, nur dat, wenn dat so ein Stümmel raus, dat dat ungefähr noch fünfmal so schlimm schmeckt. Was machen wir jetzt überhaupt die? Ich renne die ganze Zeit, die muss der Chrysler bauen. Ja, ich, ey, hier, du, du kannst hier oben auf den Wall, ähm, die Säune drauf machen. Ja, ne, brauchst du, brauchst du noch Cobblestone? Ja, ich glaub, ich, ja. Ja, hier. Ich brauch nur Birkenholz, ey. Ja, danke. Ich muss doch wieder was holen. Weil jetzt hab ich auch die ganze Zeit Lava-Flash geschoben, ne. Ähm, was haben wir denn noch, ähm, worüber können wir denn nochmal reden? Also, mich wird übrigens da auch, könnt ihr auch immer, könnt ihr auch ehrlich sein, ne, mit den Kommentaren oder was. Oder auch PNs schreiben oder sowas, ne, wenn ihr das nicht so öffentlich halten wollt. Weil, ähm, wenn mich das schon interessiert, so, was ihr darüber denkt oder was ihr für Erfahrungen gemacht habt, äh, oder ob ihr vielleicht sogar aktuelle Probleme mit sowas habt. So, ich mein, ich will jetzt hier nicht auf, äh, Drogenseelsorge machen oder Drogenberatung oder sowas, aber ich mein halt, man kann ja, ähm, keine Ahnung, manchmal hilft halt einfach schon, wenn man da einfach mal drüber quatscht oder schreibt. So eine auf den Wall. Ja. Wir haben kein Holz mehr in der Kiste, ne. Ach, ich hab noch 41. Ah, gleich sind die Häuser fertig. Weiß nicht, wie ich das hier verbinden soll. Keine Ahnung. Mach der Sepp gleich. Warum? Was hast du noch gesagt, worüber man reden kann? Prysler? Ja, das andere war das komplizierte, äh, Spekulationsthema, oder nicht? Ach so, ja. 11. September. Kann man drüber reden. Keine Ahnung, aber halt nur von vornherein unter Vorbehalt. Also, das alles, wir haben da nicht sonderlich viel Ahnung oder sonst irgendwas von, das ist alles Spekulation. Ja, ich weiß nicht. Ich würde das sein lassen. Wenn wir keine Ahnung davon haben, sollten wir auch die Klappe halten. Dann fuhinden. Das ist deswegen auch so.